Na, prima. Dann fangen wir doch mal an. Was machen Sie denn hier? Zufällig wohne ich hier. Und wer sind Sie? Ich bin die Rita. Welche Rita? Die Rita, die Putze, die ihre Bude in Ordnung hält. Ihr Hund. Nee, ich weiß schon, was ich mir sagen wollte. Ich wollte Sie fragen, ob ich mit ihm spazieren gehen könnte. Also Gassi gehen, wie man so sagt. Ich ersetze das Tier natürlich. Ich kaufe Ihnen einen Rassehund. Eine Rasse? Oder vielleicht einer, der zu meinem Pelzmantel passt. Hast du gar keinen Pelzmantel? Ach, dann hör doch auf. Ich kenne keinen einsameren Menschen als dich. Seit ich bei Ihnen Putze habe ich nicht ein einziges Mal erlebt, dass hier das Telefon klingelt, dass Sie Gäste haben. Was wissen Sie denn von meinen Gefühlen? Sie taugen nichts. Sie sind ein schlechter Mensch. Ich fahre nicht gerne Auto und in Ihrem schon gar nicht. Vorsicht! Das Sieg doch! Bloß weil die studiert hat, da weiß sie automatisch auch nicht über alles Bescheid. Also wir sind schon ein komische Paar, was? Weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff für uns ist. Also manchmal denke ich ja, dass da oben einer ist, der die Strippen zieht. Ist ja affengeil! Schön in die Augen sehen, sonst haben wir sieben Jahre schlechten Sex. Ganz klassisch. Ein Sarg und ein paar Meter Erde oben drauf. 1,80 bis 2,20 Meter. Wie? Natürlich auch nicht generell. Es gibt da kein Bundesbestattungsgesetz. Ist bei Ihnen auch fehlgestorben? Sie machen Gesicht wie drei Tage Regen. 1,90 bis 32,80 bis 4,1000. Vielen Dank.